Jo, hier ist Vene, ich bin Wartan, ich bin der Casey, ich bin Michael, und wir sind die Flying Steps. Und wenn ihr die fitteste Schule hessens seid, kommen wir vielleicht bei euch vorbei und feiern zusammen die Schools Out Summer Party. Setzt euch gegen die anderen Schulen durch und beantwortet Fragen im Bereich Sport, Entertainment und Allgemeinbildung im Online Quiz. Mobilisiert eure Mitschüler um Punkte, denn erst wenn 20 von euch teilgenommen haben, kommt eure Schule in die Wertung. Wenn jemand eurer Schule unter den Top 20 seid, sichert ihr euch einen Platz bei der School Match Tour. Dann kommt der Schulbus vorbei und ihr könnt in einem Wettkampfparcours zeigen, was ihr drauf habt. Gebt alles, denn die Gewinnerschule feiert mit uns zusammen die Schools Out Summer Party. AOK Moots You!